Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge YouTube's Live. Es stehen hier einfach 10 Leute in meinem Zimmer. Was wollt ihr? Was zur Hölle wollt ihr? Das ist meine Info. Wollt ihr da reparieren? 10 Dollar? Die hab ich gerade noch. Alter, was ist hier eigentlich gerade los? Was wollt ihr? Öffnen. Was ist mit denen? Okay, der Typ ist halt auch literally weg. Ähm, ja. Muss ich jetzt aufrüsten. Akzeptieren, Alter. Ja, schön. Ich will aber vielleicht nicht ausziehen. Bei Mami ist es viel schöner. Das merkt man erst, wenn man ausgezogen ist, sage ich euch. Ja. Allerdings würde ich auch nicht mehr zuhause wohnen wollen und hier ihnen das vorschreiben lassen. Ja, wir haben keine Kohle, habe ich vorher schon gesagt. Ja, gut, dann gehen wir mal schlafen und was snacken. Und dann machen wir einfach ein neues Video. Ja, das da hat hoch. Besser als Minecraft. Ja, springen wir mal ein bisschen vor. Machen wir erstmal ein bisschen Challenge. Ihr kennt ja meine Ungeduld. Das machen wir wieder slow. So, was kann man da machen? Uh, Sachen kaufen. Das kann ich. So. Wasser geht so. Ähm, ja, go. Ja. Okay, ich starte die Aufnahme. Einfach eine Juro-Vorstellung. Ich habe mich wie im Gucken gerade auf meinen Stuhl natürlich nicht. Wäre auch ein bisschen unständig. Ähm, das nehme ich einfach mal emotional. Ich fange einfach mal an zu räumen. Nicht, dass ich das auf Kumano könnte. Ähm, ja. Was machen wir als nächster? Ähm, wie machen wir das, was Punkt war das? Ähm, ja. Wir nehmen das. Weil ich möchte nicht minus 3 verdoppelt haben. Okay, wir fangen an mit unserer coolen Vorstellung. Und gehen dann weiter in das da. Das ist immer so ein Abfuck, diese Sachen hier zusammen zu mixen oder so. Und dann so. Meine Fresse ist halt so. Weicher Fokus, Farbe zu ordnen. Macht mich doch nicht. Akzeptieren. Lade hoch. Lade hoch, die Scheiße. Ähm, ja. 100. Geil. 100. Das war geil. Ähm, ja. Dann gehen wir einfach mal lernen. Zwei Mal wieder. Dann gehen wir schlafen. Und was? Eigentlich müssen wir uns mal ein neues PC-Spiel kaufen. Ja, wir sind jetzt erstmal ein bisschen lernen, weil wir sind voll durch vielleicht ein bisschen Schüler. Wie sieht's aus? 12, ich glaube, wir brauchen 15. Und wir haben noch 6 Tage Zeit. Mhm. Das fällt halt weg, wenn man auszieht. Haben wir es jetzt voll? Einfach nur eine 2 schreiben wäre eher lame. Komm, gehen wir noch 2 Mal schnell in die Schule und dann kann uns die Schule 2 Mal lernen. Ja, okay. Dann können wir nochmal schlafen. Essen. Essen. Warte, bevor wir... Okay, wenn... Können wir uns ja ein neues Spiel kaufen. Und dann können wir essen gehen. Ach, wer will was. Hallo. Hallo. Ähm, ja. Kann ich machen. Geil. Ich habe eh nichts mehr zum Spielen. Akzeptieren. 35 Dollar. Nehme ich doch grad. So verdient man sich sein Lebenszuteil. Öffnen. Dann nochmal schnell was essen. Wie sieht's aus? Geil. Wir haben es geschafft. So. Und dann Spiele auswählen. Und dafür kriege ich Geld, deswegen mach ich auch ein neues Gameplay. Vor allem, ich kriege ja noch das... Also ich kriege ja das Geld von diesen Typen, diese 35 Dollar. Bloß das, was ich ja verdient für das Video. Voll dämlich. Aber wir haben schon 3000 Abos. Okay. Wie immer, wir haben ja auch nichts anderes. Schlaufen der Zahnarzt heißt das Spiel? What the fuck? Okay. Spieltutorial. Wir machen ein bisschen die Vorstellung. Das ist einfach unser Ding jetzt. Ein fachlichen Kommentar. Das Spiel geht um einen Zahnarzt. Ja. Und dann, ähm, eine nervige Kritik, um ein bisschen seine Zuschauer zu nerven. Zwinker, Zwinker. Ähm, ja. Und ein lustiger Kommentar. Das ist ein bisschen funny dabei ist. Boah, ich bin die geborene YouTuberin. Ich merke, wie ich das merke. So gar nicht. Okay, eins geht ein bisschen daneben. Aber das ist ja nicht schlimm. Alles im Rahmen. So, go. Akzeptieren. Garten. So. Ich bin herrlich mit dem Ski. Mut haben, jetzt bin ich's. Ich bin's. Ich bin's. Giuse. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Oh! Okay. Ich bin's. Ist das Ski. Okay, wir können nun schlafen und essen. Wuhuuu! So, weil wenn es auf dem Buchladen ist, kann man nämlich schon ein neues Video aufnehmen. Und zwar gibt es den alten Scheiß. Nee, wir machen Angry Mutant, was aussieht wie Minecraft. Nur mal so nebenbei bemerkt. Okay, am Morgen haben wir unseren Test. Ich bin schon sehr aufgeregt deswegen, ob wir durchfallen werden, obwohl wir gar nichts dafür gelernt haben. Und jetzt sitzen wir auch hier, weil wir an der Konsole stehen. Wir machen gleich einen Guru hier unten am Boden. Boah, ich habe das gerade nachgemacht. Zum Glück habe ich keine Face, der Mann. Ähm, ja. Wir machen einen lustigen Kommentar, das ist das einzige, was mir so schade ist. Wir machen einen lustigen Weg. Ähm... Hier ein mörderischer Weg einmal. Guck mal so. Also ähm... Okay, sind wir dann auch bei Guru? Ähm, ja. Nehmen wir das jetzt. So. Steht gerade nicht mal irgendwer in unserem Zimmer und möchte irgendwas von uns. Wie schön. So, bis auf ein Ding passt das. Perfekt. Hier war ich im Fokus, dass wir irgendwie einen Punkt mal haben. Und dann noch Titel wählen. So, akzeptieren. Konsolen, Beliebtheit, 100. Ist schon mal geil. Okay. Ja, den schlafen wir mal ganz kurz. Und dann gehen wir noch mal arbeiten, dass wir ein bisschen Kohle zusammenkriegen. Hier, 4 Stunden, 20 Stunden. Das sind halt nicht die Mega-Jobs, die man halt erwartet. Und dann essen wir noch was. Und dann müssen wir, glaube ich, eh schon fast zu unserer Prüfung. Ja. Ja, ich würde auch gern ausziehen. Ja, wenn ich hier auf die Tür drücke und dann dein Zuhause kann ich mir die andere Prüfung anschauen. Hier können wir hinziehen. Aber das ist halt... Es kostet Miete. Es ist ja dämlich, am 31. umzuziehen. Müssen wir für den ganzen Monat noch Miete zahlen. Das ist ja halt dämlich. Eins plus geil. Bücherwurm haben wir ja in Erfolg gekriegt. Schau mal, mega geil. Jetzt kriegen wir von unserer Mutter noch eine Bedrohung. Hallo Mama. Am armsten ist das. Warum das? Oh, ei. 50 Dollar. Okay. Ein bisschen galtig ist hier schon. Okay, dann essen wir noch mal was, bevor wir umziehen. Dann müsste nämlich gleich der Erste sein. Dann haben wir auch schnell das Internet. So, jetzt haben wir den ersten Februar, dann ziehen wir jetzt einfach mal um. Okay. Und wir sind jetzt in der neuen Wohnung bei YouTuber Size. Bis dahin. Tschüss.